Ganz herzliche vorweihnachtliche Grüße aus dem alpenländischen Kolbermoor von der Glühweinmanufaktur Stettner. Stettner, das ist ein Familienunternehmen mit Stefanie, Franzi und meiner Wenigkeit, Franz Stettner Senior und unserer Belegschaft. Wir dürfen seit Jahrzehnten mit dem Hause City zusammenarbeiten, worüber wir sehr dankbar und stolz sind. Und gerade jetzt, nach diesen besonderen Zeiten, wollen wir uns recht herzlich bei Ihnen, liebe Kunden, für die Treue bedanken, aber auch bei den ganzen City-Märkten für die langjährige und gute Zusammenarbeit. Wir wünschen viel Spaß beim Einkaufen und viel Genuss beim Verzehr unserer Weihnachtsprodukte, vor allem der Weihnachtsglühwein und der nordische Punsch. Ein frohes Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Untertitelung des ZDF, 2020